Wir lieben Neugier. Der Edeka Spechtmarkt in Ludwigsfelde war eine von insgesamt 17 Stationen bei der diesjährigen Nacht für Neugierige in Ludwigsfelde. Die Nacht war 2012 das erste Mal durchgeführt worden und bot auch diesmal wieder einen Blick hinter die Kulissen von großen und mittelständischen Unternehmen. Im Edeka Spechtmarkt war eigens eine große Showküche aufgebaut worden. Hier wurden regionale Gerichte vor den Augen der Zuschauer frisch zubereitet. Oh, bin ich im Fernsehen? Musik 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 Musik